Ungewohnt Neongelb ist der Pokaldress des Wuppertaler SV beim Niederrhein-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB-Homberg. Die gleiche Konstellation gab es so schon vor knapp einem Monat, da in der Regionalliga West und am Ende stand ein 2 zu 1 Sieg für den WSV. Zu Beginn dieser Partie kratzen die Löwen auch als Erster an die Tür zum 1 zu 0, das hinterlässt aber noch keine Spuren. Die Anfangsphase gehört klar dem WSV und trotzdem kriegen auch die Homberger ihre Chancen. Courtrell Ezequem, die mobile Ein-Mann-Skyline von Duisburg-Homberg probiert es per Kopf und mit ein bisschen mehr Kopf. Sollte es auch Felix Bühr probieren, der in seinem Debüt im Homberger Tor lädt Wuppertal zum Toreschießen ein. Matteo Aramburu weiß, Geschenke nimmt man an und so steht es 1 zu 0 nach 16 Minuten. Bitter für den 21-jährigen Felix Bühr. Armetow mit der Vorlage für Aramburu. Die Führung zu dem Zeitpunkt hochverdient, aber gleichzeitig auch ein Wachmacher für den VfB und allen voran Nikolas Hirschberger. So viel sei vorweg gesagt, das war nicht das Letzte, was wir von ihm gesehen haben, doch erstmal geht das Scheinwerferlicht auf Saitarus. Gute Chance für den ehemaligen U20-Nationalspieler Marokkos. Homberg stemmt sich dagegen, diesen Rückstand mit in die Pause zu nehmen. Nikolas Hirschberger eben, sein Schuss noch abgefälscht am Tor vorbei und jetzt geht der abgefälscht ins Tor rein. 1 zu 1, Minute 41. Der VfB belohnt sich für die Leistungssteigerung nach dem Rückstand. Und Hirschberger erst mit flinken Füßen und Joey Müller mit ungestickten, denn die fälschen unhaltbar ab zum 1 zu 1 Halbzeitstand. Und bei Homberg ist der Pausentee dann wahrscheinlich mit Taurin gestreckt gewesen, denn er scheint Flügel zu verleihen. Auf einmal muss Wuppertal nämlich aufpassen, dass sie nicht in Rückstand geraten. Patzler ohne Patzer, im Gegenteil. Stark von ihm gegen Marvin Lorsch und letztgenannter hier mit einem Zuckerpass auf Hirschberger. Und der macht nicht das 2-1. Eine Szene, die in jeglichen Fail-Formaten Verwendung finden wird. Und Hirschberger kann es selber nicht glauben. Er macht so viel richtig, die Bewegung ist super. Und dann wird aus Spitzen, Kreisklasse. Aufatmen bei Wuppertal, aber das gleichzeitig auch ein Signal. Es muss mehr kommen beim WSV. Wer weiß, ob man sich von dem Rückstand erholt hätte. Aber diese Frage, die reicht man einfach weiter an die Gäste. Moritz Römmling, vor knapp 2 Wochen ist er 20 Jahre alt geworden. Und jetzt gibt es das nachträgliche Geschenk an sich selbst. Und dann ganz Wuppertal. Drei Mann sind bei ihm und letztendlich ist es die Fußspitze von Ezequem, die dem Ball ins Netz verhilft. 2-1 die Führung für die Hausherren. Die Gäste zaumeln. Können das so ein Kogel spielen. The Ball ist Lava. Joey Müller mimt den Spielverderber. Sagt, da mache ich nicht mit. Ich mache ihn lieber rein. 3-1 in der 90. Spielminute. Die Entscheidung durch Joey Müller. Er reagiert gedankenschnell und bestraft Humberg für die individuellen Fehler. Danach ist Schluss im Stadion am Zoo. Der WSV steht im Niederrhein-Pokal-Halbfinale. Der VfB Humberg hat sich teuer verkauft. Mit ein bisschen mehr Fortun hätten sie das Ticket in die nächste Runde ziehen können. So Gratulation an Wuppertal. Creditere. Der WSV vertus etwas Gäste.